hallo ich hab auf screen so lange gewartet das hier der spiel ist sieht ganz groß gewachsen ist außerdem hat sich lange gedauert er heißt ja auch spiel die zieht aber so viel geld bekommt man dafür auch nicht und erfahrung bekommt man auch nicht so viel okay 150 mut mutt das ist schon ein bisschen viel aber 10 Ich habe ein Ding, ein Phone. Entschuldigung, meine Schwester beschwärt sich bei mir, dass ihr Computer ausgegangen ist. Von alleine. Okay, sie wollte es mir nur sagen. Das hier geht ganz schön schnell. Entschuldigung, das hier alles Englisch ist. Sogar mein Computer ist Englisch. Seht ihr hier? Open a new tab ist Englisch. So, und hier habe ich euch auch noch nicht hingebracht. Also hingezeigt. Das hier ist der Park. Und ja, das hier macht. Kann ich nicht machen, weil ich... Erstens zu langsam bin und zweitens kann ich... Und zweitens bin ich kein... bin Tycoon. Wofür baust du die Binnen-Tycoon? Um solche Pilze zu töten. Die Nödel müssen wir pflanzen. Und dann, wenn sie genug gepflanzt wurden, gehen sie so raus. Und da kommt was raus für den... Wenn er genug gepflanzt ist. So, und jetzt muss ich das so viele Male machen. Aber ich mache das nicht. Nee, mache ich nicht. Jetzt gehe ich hier zu Castle Garm. Garm. Nee, Garm. Garm. Hört nicht auf meine Schwester. So. Geh da jetzt rein. Obwohl eh die Tür zu ist. Macht mir aber nichts. Weil ich kann hier immer noch rein. Und ich könnte auch diese Bonus-Mission machen. Ja, hier Extra-Missions und dann Bonus-Mission. Also, hier kann man nicht so viel machen, aber wir gucken uns mal das an. Oder lesen wir erst mal erst mal aus dem Bericht von ihr. Aber bin ein Buddies. Zack, Zack, Zack. Der ist noch Zack. Zack. Äh, Actelia. Zack, 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 Zack. Das sind aber alles die gleichen. Oh, und hier Weevil X. Den werden wir in der ersten Mission treffen. Mark. Interessant Fakt. Never seen Smiley. Dislikes Buzzing Flies. Das wird uns auch noch helfen. Slime. Likes Slime Jelly Sandwiches. Blech. Looks look so much alike. Sie können sich nicht mehr sagen, dass sie sich nicht mehr sagen können. Das Grumpy Guard ist ein Minion aus dem Weevil der Weevil der Extermination Borei. Serving the Arch-Enemies of the Secret Blablabla So, das sind seine Fotos. Und das sind eigentlich alles die Gleichen, aber sind doch nicht die Gleichen. Es ist eigentlich alles ein anderer. Ah, das meedling-SWS-Agent. We surf the web. You coping me. Blablabla. Also witziges. Hab ich ja nicht viel. Also, das ist Lady Wawa. Also, das ist Lady Wawa. Hier auch mal um. Nein, mein Gott. Und entschuldigen, ich muss meiner Schwester helfen. Ach, helf mich, guck noch mal. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Aber jetzt. Aber jetzt. so Entschuldigung ich glaub ich müsste die Mission wenn es noch länger dauert im nächsten Part machen oder ich tu diesen Part gar nicht mal ins Internet stellen also ich werde es doch ins Internet stellen weil laut ihr habt ja ein bisschen Englisch gelernt falls ihr es übersetzen könnt in Google Google Übersetzer ja und das hier ist doch das Mulch das ist mein Level Karte, mein Nest oh ja ich zeig euch noch ein paar Fundorte von ein paar Sachen Gabriel, komm mal Gabriel das hier weg und dann das macht und dann kommt und dann kommt wenn die neue Tank paralysiert also diese Sachen die die ich euch zeigen wollte die sind nicht mehr da hier kann man noch sich noch schön hinter seinem Binwee wo stellen dann sieht man hier alles schön in 3D diese Ansicht werde ich ab jetzt immer hier nehmen also ich werde nicht dieses blöde das ich werde nicht das hier nehmen sondern ich werde jetzt das hier nehmen so und schreiben kann man hier auch man darf hier aber keine bösen Wörter sagen schau man kann hier schreiben hi man kann ja alles außer böse Wörter schreiben weil das hier ist ein eigentlich ein Spiel für Kinder da hallo hallo so ich muss kurz was ich muss kurz mein mein computer neustarten oder ne nicht mehr so Entschuldigung deswegen ich gehe immer noch in ich also ich gehe in kein anderes außer es ist voll ich bin zaubergen ich finde ich manchmal so blöd dass mein computer manchmal spinnt so geht ich gehe ins kleine die 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 ja und ich werde hier auch keine Videobeschreibung dazu tun weil das war der langweiligste Part den ich ever gedreht habe was ist euch auf diesen Dreck gemacht? nichts so und ja Ciao